Hallo zusammen! Wieder einmal möchte ich euch die Möglichkeit geben abzustimmen, wen ich heute Abend leveln soll. Ich habe wieder 5 Pferde ausgesucht. Schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, welches es ist. Oben rechts findet ihr ein I. Was ihr in die Kommentare schreiben könnt, ist gerne euer Favorit, wen ich auch mal noch leveln soll. Und dann werde ich aufgrund der Kommentare die nächsten 5 kommenden Sonntag auswählen. Heute stehen zur Wahl mein Tinker Daydream. Außerdem mein Araber Pinto Far Cry Mein Konnamara Hengst Cookie Star Außerdem zur Wahl mein Isländer Stütchen Vanilla Dream Und last but not least, schon lang nicht mehr gesehen, mein Friese Dream Dancer Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Und dann sehen wir uns heute Abend. Und wie gewohnt 19 Uhr Nilmars Hochland Server 1 Winter Star. Bis nachher!